Ich habe eine tote Frau gesehen, oben auf dem Berg, mit einer Krone. Wer sind Sie überhaupt? Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Die meiste Zeit unseres Lebens bewegen wir uns durch dichten Hebel. Ich bin Hauptkommissar Beckmann. Wir müssen mit Ihnen reden. Ich traue den Leuten nicht. Ich bin noch kein Mörder. Was macht Sie da so sicher? Du weißt es. Was weiß ich? Bitte hilf mir. Das Unheil reicht aus seiner Höhle. Auf, ihr seid aus Ihrer Schuld. Sie wissen, wer ich bin. Ich bin da, ich bin da, ich bin da... Untertitelung des ZDF, 2020